Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Ich hatte jetzt mal eine kleine Pause, habe mir noch einen Tee gemacht, bzw. hatte ich mir den schon vorher gemacht, aber nicht getrunken und jetzt habe ich mir den noch mal warm gemacht. Genau. Und wir waren natürlich mit dem Hund draußen, wie es sich gehört. Wollen wir doch mal gucken. Warte mal, ich wollte doch eigentlich, das hatte ich schon die ganze Zeit vorgehabt, jetzt kann ich nicht mehr reden. Ey, hier rein wollte ich. Ich wollte doch hier, ja, sie supporten. Jetzt habe ich so viel zum Aufleveln, ey. Krass. Ja, das können wir machen. Was? Ja, ja. Können wir uns auch erstmal richtig schön hochleveln. Ja, danke schön. Ah, mir fehlen hier die, ne? Was war das? Danke. Äh, Flux-Eiskern, genau. Das müssen wir dann gegen diesen Eisbombler kämpfen, ne? Äh, Benni, Benni, Benni. Äh, ja, gut. Äh, warte mal, hier, die können wir doch schon. Dann machen wir das doch so. Ja, ist in Ordnung. So, wen haben wir hier noch? Äh, Gian-Ding könnten wir auch schon. Und Ember, ne? Genau, die hätte ich ja... Genau, Sacros. Genau. Ah, okay. Dann haben wir so einige. Ah, war doch nicht so viel, wie ich dachte. Aber gut, wir haben, äh, so ein bisschen, was haben wir ja schon geschafft, ne? Also, das ist schon... Wir sind auf einem guten Weg, die hochzuleveln. Ich möchte ja alle hoch oben haben und nicht, äh, nur so ein, zwei, drei Figuren. Wie man das bei Pokémon kennt, wo man dann so ein, zwei Pokémon dann irgendwie oben hochgelevelt hat und die anderen sind so auf Level 5, es sei denn, man hat sie in einem größeren Gebiet gefangen, ne? Die dann mal 15 sind oder 20, ne? Aber mehr auch nicht. Nee. Nee, ich möchte ja alle dann schon, wenn dann... ...n bisschen höher gelevelt haben. Wo müssen wir von hier gehen? Was ist der Plan? Was? Ach, komm. Meine Güte. Äh, ja. Was ist los? Okay. Okay. Na, wirklich? Okay. Okay, krieg ich dann wenigstens ein paar mehr Details? Okay. Okay. Das kann auch sein. Okay, also deswegen sollen wir mitkommen. Oh! Oh, das ist aber nett. Ach komm. Oh, jetzt werd ich aber rot. Palmon kannst du übrigens nicht zählen. Ja. Palmon denkt immer nur an sie esst. Klar. Cool. Cool. Finde ich auch. Also, let's go. Das Märchen vom Kranich und dem weißen Kaninchen. Okay. Interessant. Wir wechseln mal kurz unser Team. Ich möchte nicht gerne mal wieder uns drin haben. Ich mach's mal eben kurz so. Ja. Und dann so, dass wir vorne sind, weil wenn dann die Cutscenes kommen, wird ja immer die erste Person ausgewählt deswegen. Ne? So, das ist das mal da unten. Dann wollen wir doch mal... Ach, das ist so weit entfernt. Meine Güte. Wo will sie denn hin? Ganz schön weit weg, ne? Gut, dann wollen wir mal. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Was sind eigentlich diese rosanen Blütenwirbel? Oh, ein Fuchs. Zack. Ähm. Was wird in diesem Gebiet gesucht? Ach, die Kinder, oder wie? Äh, okay. Äh, keine Ahnung. Nicht wirklich. Ah, okay. 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 Warum seid ihr auf der Suche danach? Wir machen wahrscheinlich gerade eine Quest, ne? Mhm. Ich glaube, das Monster gibt es gar nicht. Das sollt ihr einfach nur zu Hause halten. Hm. Ja. 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 модnen. Ja. Ähm... Bitte was? Okay. Ja. Aber es ist nicht die Mission, die wir machen sollen, ne? Ja. Dankeschön, dass du mir eine andere Mission mal wieder aufsimmelst. Ich dachte, wir hätten das schon angefangen. Hier, ich habe mich schon gewundert, warum das so weit entfernt sein soll. Ach, das Spiel, das dreht mir immer andauernd neue Missionen an, ne? Genau wie mit dem anderen. Und dann komme ich in der einen Mission nicht weiter, weil ich die andere Person da brauche, weil die in der anderen Mission festhängt, weil ich die schon angefangen habe, weil ich dachte, das wäre die Mission. Weil die nicht gleich angewandt wird. Weil er mir irgendwelche neuen Missionen auftritt, anstatt die erstmal zu machen. Weißt du, anstatt die erstmal anzuheften, anzupinnen? Nein. Es muss natürlich eine neue Mission sein. Ach, nee, ey. So, dann wollen wir mal. Natürlich will ich erstmal ihr helfen, weil, ne? Ihr. Wir wollen ja mit den Quests weiterkommen. Äh, stimmt. Okay. Okay. Oh, ich hoffe, die sind nicht mal gleichzeitig mit den anderen Festen. Okay. 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 Wir könnten eigentlich auch mal neue Kleidung gebrauchen, ne? Ja. Ja. Hi. Hi. Natürlich. Okay. Okay. Aber woher wirst du welche Größe sie hat? Äh. Ja. 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 Wieso können wir nicht einfach nach Li-Ul gehen? Sie flüstert, weil wir ein Kimono kriegen sollen. Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir... Ich glaube, sie hat gesagt, hier kommen, schneidet ihr auch mal ein. Oh, hoffe ich doch. Ich würde auch gerne mal unsere Protagonistin mit einem Kimono sehen. Das wäre so cool. Genau, jetzt müssen wir hier einmal wieder hin. Genau. Einmal zu den gewebten Hünschchen. Das wäre cool, wenn wir jetzt ein Kimono kriegen würden. Das wäre schon echt nice. Gucken wir mal, ne? Oh, ich wollte gerade was trinken. Aber jetzt lädt er schon. Ei, 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 ei. Diesmal richtig schnell, ha? Ja. Ja. Ja, wo ist er denn? Na, so ein langer Kreis ist es ja nicht, ne? Ach, da vorne. Wir mussten ihn nicht mal ansprechen. Ihr. Da ist er. Ihr. Achtung! Dann wollen wir mal. Er wird uns bestimmt helfen. Oh, er braucht auch Hilfe. Ihr. Ihr. Ja. Na, so lange auch wieder nicht. Ah, ja. Ach, das ist doch gar nichts. Das ist eine gute Frage. Manchmal ist Palmon auch etwas intelligent. Ja. Oh. Das war so klar. Oh nein. Oh nein. Hm. Oh nein. Oh nein. Oh, my apologies. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to g- Hm? Perhaps I'm- I am afraid I can't intervene in an official capacity. But I can still help- Yeah, of course, I would never- Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to- I do so not without reservation, so- I hope that you- That aside, As I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position in that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. We will. We certainly- But, um, are you sure that- What if someone high up in the Conjo Commission sees what you're doing and doesn't like it? You're a highly respected member of society. Heh heh. Very humorous. Okay. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kami-Sato Clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Conjo Commission felt that I was accountable to them for my actions. Okay. That sent shivers down Paimon's spine. Hmm, siehst ja auch, ähm, vom Element Eis, ne? Mr. Kurisu, I need to know the exact time and location of the theft and anything that stood out about the perpetrators' appearance. Thank you so much. Wir können auch noch suchen. Oh, let's see, it was two hours ago now. Okay, wir kriegen alles gerade mitgeteilt. Everyone, please follow me to the scene of the crime. The investigation starts there. Alright, off we- That machen wir. So, da vorne soll das also sein. Gucken wir mal. Äh. Wir sollen ja eigentlich ihr folgen, aber sie folgt uns jetzt uns. Sie folgt jetzt uns. Nö. Sacken wir mal die Minze ein und warten. Los geht's. Äh. Was? Was? Ach komm. Hä? Ach Mensch, was soll denn das denn jetzt? Ach. Alter. Das ist doch jetzt gerade nervig. So. Nein, oh Gott, ich wollte nur da rüber fliegen. Wie doof kann das hier gemacht sein? Wir sind die ganze Zeit aus- und eingelaufen. Auf einmal, nö, also hier, äh, gar nicht. Das geht aber so gar nicht. Du darfst hier nicht umlaufen. Okay. Ja. Das Spiel ist manchmal echt ein bisschen, ja. Merkwürdig. Was ist das? Ähm. Ähm. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht find ich's ja so. Ist aber nicht deren Behausung, ne? Ich glaub, die sind da vorne, ne? Ja, das sind die. Zu 100%. Ja. Ja. Palmon, genau so macht man das. Aha. Uh-huh. Ja. 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 Ehm. Ja. wir werden zu unserem wir werden noch ein wir werden noch ein wir werden noch ein ich werde das maus das zooligste das zooligste die die das zooligste da Du bist das. Aber sie ist auch voll schnell, ne? Das ist richtig gut. Ja. Das war wirklich unglaublich. Ah. Nein. Oh, er ist noch da. Die Vagranten sind in ziemlich schnell. Es scheint, dass sie nicht Zeit haben, um nichts mit ihnen zu nehmen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu tun. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu tun. Danke so sehr. Du solltest einen Bezug machen. Ja. 6, 8, 10. Ja. Great. Jetzt können wir endlich kaufen. Buy silke? Du meinst, du brauchst etwas von der silke hier? Ja. Das war tatsächlich unsere Intent. Don't get us wrong, aber das ist nicht der Grund, warum wir dir helfen. Und das ist noch ein bisschen zu tun. Auch wenn es nur ein paar Karate oder Kabechen war, Heiman denkt, wir sind ziemlich glücklich. Wenn wir noch später kommen, unsere Chancen zu bekommen... Ich ehrlich gesagt nicht, ich kann nicht genug bedanken. Bitte, sag nicht mehr. Du brauchst Silke? Ich will ein Stück für dich, richtig? Awww. Awww. Er hat doch sonst alles verloren, ne? Awww. Ah, nur ein un-spektakulärer Spaziergang durch den Wald. Awww. Ja. Ach, keine Sorge, dafür bin ich da. Keine Ahnung. Okay. Ja, nein, habe ich ja auch, ne? Hm, ich unbedingt. Sie ist schon cool. Ich glaube, dass deep down, I don't see how a society can be considered just, when people encounter such obstacles in their livelihoods. Tja. Sorry, I'm getting off topic. Alles gut. Let's head back to Agra Textiles in Kimonos. Ja. Das können wir gerne machen. Den Brief müssen wir irgendwann auch noch abgeben. Damit wir unseren Reisepass bekommen. Es klingt so merkwürdig, aber gut. Ansonsten müssen wir immer so irgendwelche faulen Tricks verwenden, um da rauszukommen. Ne? Sonst können wir da nie einfach so mal wegfliegen. Und nochmal abstürzen will ich garantiert nicht. Das eine Mal hat mir genügt. Ich meine, wir haben die Schnellreisepunkte, das ist ja auch noch in Ordnung, aber trotzdem. Hallihallo, Hallöchen. Wir sind wieder da. Hallöchen. Ja. Genau. Sehr cool. Ja, cool. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja. Are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code, as well as a code of conduct. Ja, irgendwie schon. More like, when you're away from home, you've gotta live by certain rules to survive, whether you like it or not. But Paima would still love to check out some Ina's zooming outfits. Da hat man hier auch Paimons-Größe. Awww. Oh ja. Komm. Okay. Ich hätt' mich aber trotzdem. Sehr modisch. Mhm. Ja. Ach komm, ist doch nicht so schwer. Also ich hätt' uns gerne in nem anderen Outfit geseh'n. Awww. Ja. Ja, das hast du. Ah, ich hab's gebeten. Ah, ich hab's gebeten. Ach, ich hab's gebeten. Als für der Größe, würdest du- Ja, bitte. Entstanden. Ich werde bald arbeiten. In total, hier geht's. Ist es möglich, dass diese ein- Well, luckily, wir haben keine weiteren Urgen- So ich kann beginnend arbeiten. Es wird mir noch ein bisschen Zeit dauern, also, bitte komm und komm und komm es später. Okay. Klar. Kriegen wir hin. Ah, okay. Stimmt, Paimon hat das ja verlangt. Gut, wir haben auch Hunger. Okay. Ah, okay. Das stimmt. Zumal wir das ja auch gewohnt sind. Ja. Wir können los. Ich hab ja gedacht, die macht uns auch ein... Also lässt für uns auch was anfertigen. Ich mein, ne? Ist doch eigentlich ne nette Geste, auch wenn wir jetzt anscheinend an unserer Kleidung hängen. Ist es halt Kleidung. Und wenn wir hier dadurch dann nicht mehr als Reisende erkannt werden, sondern vielleicht uns auch erstmal integrieren, ist das ja auch was Positives, ne? Weil Integration scheint hier momentan sehr wichtig zu sein. Weil Fremde hier ja ungern gesehen werden. Und wenn man dann denkt, wir wären vielleicht von hier, könnte uns das ja nur zugutekommen, ne? Aber hey, wer bin ich? Wer, ne? Das zu beurteilen. Dann kommt. Und ja. Das ist schon mal.